James T. Fox wird etwas ganz Besonderes zeigen. Dazu muss er als erstes mal sich anschnallen, als zweites den Sturzhelm aufsetzen, denn was er jetzt macht, ist hoch spektakulär und vor allem sehr, sehr schnell. Er hält den Weltrekord mit den meisten Loopings im Motorrad, unser James, und er wird jetzt versuchen, diesen Weltrekord nochmals für uns im Fernsehgarten zu schaffen, mit 100 Stundenkilometer wird er hier fahren, und ich sage nur, toi toi toi, James T. Fox. James T. Fox. James T. Fox.